Leute, heute mal ein anderes Video als sonst, aber ich musste euch unbedingt mitnehmen, denn wir waren nämlich in der alten Tonhalle in Berlin mal brunchen und das Buffet war einfach unfassbar. Ich habe euch mal die ganze Location gefilmt, man konnte sogar oben sitzen und die Aussicht war einfach bombastisch. Das Buffet war auch sehr divers, man konnte dort natürlich frühstücken, also es gab Brötchen und auch Belag dazu, aber man konnte natürlich auch warme Speisen essen und die waren echt krass lecker. Und das Besondere an den warmen Speisen war, dass sie wirklich heiß waren, das heißt man hat sich was auf den Teller getan, ist dann zurückgelaufen und man konnte wirklich sehr, sehr warm essen. Ich kann nur sagen, schaut euch mal an, wie das noch dampft und was natürlich nicht fehlen darf beim Brunchen ist natürlich das Rührei. Und für Getränke waren natürlich auch gesorgt, schaut euch einfach mal diese schicke Bar an. Und für alle Süßen da draußen, es gab natürlich auch süße Speisen, es gab die New Yorker Cheesecake und diverses mehr und man konnte sich sogar eine frische Waffel zubereiten lassen und am krassesten fand ich, dass dort sogar eine Liveband war. Also ich kann euch schon empfehlen, wenn ihr mal in Berlin seid, dann checkt auf jeden Fall mal die alte Tonhalle aus.